Hey, hier ist Ronja und wir sind heute in Rainbow Friends Kapitel 2. Wir sind Experten, denn wir haben Rainbow Friends 1 gespielt und werden jetzt Rainbow Friends 2 spielen. Komm rein, schnell! Hier geht's lang! Das sind nicht die Echten! Schreiben die! Das schreiben wir nicht! Ich wollte gerade sagen, wir wurden schon erkannt. Alle sind so... Oh, ist das easy? Sind das Ronja? Hallo? Hallo? Und dann waren die anderen so, nein, fake, fake, alle fake. Wo sind wir? Ronja? Oh mein Gott, oh! Ähm, wo laufen wir hin? Hallo, warum laufen wir durch den Wald? Was macht ihr denn hier draußen, fragt ihr? Ja, das ist eine gute Frage. Was machen wir hier draußen? Warum sind wir hier? Monster, sagt ihr? Ich bin mir sicher, es ist nur deine Fantasie. Ich glaub nicht, wenn wir Monster gesehen haben, dann sind Monster da. Nicht betreten. Das ist rot! Nein! Oh, der drückt irgendeinen Knopf. Ja, oh, oh. Oh mein Gott, da sind noch mehr! Grün und blau! Grün und blau! Oh Gott! Okay, der hat die jetzt freigelassen. Das wird lustig. Oh mein Gott! Ich hole die anderen! Nein, Rainbow Friends! Es gibt neue, ne? Es gibt neue, ich weiß nicht, was ich weiß, hab ich gesehen. Let's go! Let's go! Okay, okay, okay. Sieht richtig krass aus hier. Aber pass auf die Rainbow Friends aus. Oh, hier ist die erste! Okay. Äh... Die zweite... Warte, was hast du hier gesammelt? Licht. Und die dritte... Licht, aber wo hast du die gefunden? Ich muss feilen! Ich find noch nix! Vier! Fünf! Was? Warum findest du die? Wir sind ganz viele! Wo? Vereilung! Wir sind überall! Ich hab null! Was? Nein! Warte, hier ist ein Rainbow! Ah! Warte, hier ist blau. Ich muss dich... Äh... Warte, warum steht hier null von 25 gefunden? Kann mir das jemand erklären? Hier ist der Grüne! Nein, der Blaue verfolgt mich! Kann ich hier runter? Kann ich hier wegrennen? Oh mein Gott, ich verfolge mich. Ja, oh mein Gott, nein! Das hab ich nicht verwischt. Pass auf, lauf, Ronja, lauf! Ich kann nicht... Nicht dein Ernst! Ich bin gestorben. Okay, ich bin gerissen. Der hat hier eine Kiste. Man kann sich in einer Kiste verstecken. Oh mein Gott, hätte ich das gewusst? Ja, na klar! Ja, ja... Was wusstest du nicht? Ich hab nicht dran gedacht. Ich war... Ich war im Panik-Modus. Oh mein Gott. Noch jemand wurde gefunden. Ich bin jetzt aber wieder da. Also, ich hab halt... 16 Lichtschalter wurden schon gefunden. Den davon hab ich gefunden! Den davon hast du halt ganz alleine gefunden. Oh ja! So, ich bin hier unten in dieser Kanalisation. Nein! Nicht dein Ernst, Ronja! Bitte nicht! Warum? Die Kanalisation ist tückisch. Respawn! Okay, zweiter Respawn. Zwei geht noch. Zwei ist in Ordnung. Der hätte ich mich auch nicht in der Kiste verstecken können. Also, ich geh nicht mehr ins Lila-Versteck. Ich glaub, ich bin... ...hier semi-sicher. Super scary hier einfach. Ey! So scary! Okay. Also, ich hab noch zwei Glühbirnen hier. Krass, okay. Ich hab halt bis jetzt wahrscheinlich erst eine Glühbirne gefunden. Ich leiste wirklich gar nichts. Okay, zack. Es fehlen aber auch nur noch drei Ronja. Zip-Line verwenden! Uh! Und da hat jemand eine? Okay, der bringt sie zurück. Okay, ich reise mal hier komplett einmal durch. Ich denke, da hinten könnten nämlich noch welche sein. Hier waren wahrscheinlich noch nicht viele. Äh, hier ist keine. Hier war mal sicher eine. Hier ist eine. Ha! 24 von 25! Ja, let's go! Bring sie zurück! Ich denke, jedes Mal, wenn irgend so eine Tür kommt, denke ich nur so, kommt jemand... Warte, wo soll ich die hinbringen? Weil hier ist blau. Zum Start-Up zur Laser-Attack-Arena. Warte, ich kann nicht... Okay, warte, warte. Hier ist ein Schild zum Laser-Attack. Okay, findest du's? Wo bist du gerade? Ich bin... Warte, hier ist ein Schild. Laser-Attack. Ich folge den Schildern einfach. Ich bin gleich da. Laser-Attack. Rainbow Racers ist hier. Rainbow Racers. Ah, warte, da bist du, da bist du, da bist du. Bist du hier? Ja, genau. Da musst du's reinbringen. Hier, in die Mitte? Hier? Oh! Yes! Das war die letzte Glühbirne. Immerhin. Immerhin habe ich eine gefunden. Okay, das präziert, ähm... Hey, hat jemand von euch gehört? Was haben wir gehört? Die Monster? Die Rainbow Friends? Warte, da war wirklich ein SRS-Licht? Ich meine, wow, ihr müsst gut da drinnen sein, Dinge zu finden. Dann gibt er uns einfach die Aufträge. Da war blau, da war blau, hat er das Licht gesehen? Ist das blau? Oh nein! Hierher zu kommen war ein Fehler. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Hier. Alter Mann, du sprichst die wahren Worte. Vielleicht hilft uns das hier herauszukommen. Ich denke, das sieht gut aus. Promising. Du komm mit Ronja, schnell, Beeilung. Ich komm dir hinterher. Ich zeig dir den Escape hier lang. Zum Glück habe ich's hier mit meinem Profi zu tun. Aber da hast du erst Feuerlöscher, nimm den mal. Ah, okay, warte. Feuerlöscher. Okay. Warte, der hat die mir geklaut. Lol, hat die mir geklaut. Hier mit E kommst du über die Zipline. Okay, das war's. Oh, warte, warte, ich bin jetzt erstmal gesiplined. Hoppala. Ähm, ja. Da bin ich vorhin schon mal lang geflogen übrigens. Ah ja. Ähm, gefunden, nimm. Aber hier hinten ist ein Feuerlöscher. Von daher habe ich alles richtig gemacht, denke ich. Hier ist noch einer. Zack, zack, zack. Nein. Zwei schon. Die muss man wieder zur Lasertag Arena bringen, nehme ich an. Genau. Ah, nein. Oh, oh. Ey, ich erschrecke mich auch so, gell. Nein, ab in. Nein, ab in die Kiste. Ab in die Kiste. In der Kiste bin ich sicher. In der Kiste bin ich sicher. Mir kann nichts passieren. In der Kiste bist du ziemlich sicher, außer vor grün manchmal. Okay. Blau ist wieder weg. Oh, ey. Hier ist gelb. Gelb fliegt. Gelb hat den Propeller hinten dran. Ja. Was? Deswegen habe ich dir die Zipline gezeigt. Weil gelb ist echt hardcore. Okay. Ja, warte, hier ist blau. Ich muss ihn kurz einmal abwarten. Ey, das ist ja so schwierig. Okay. Ähm, bring die Gaskanister zurück zum Lasertag Plaza. Also, man kann die Zipline nicht zufälligerweise zurück-sipleinen, ha? Nein. Nun, eigentlich. Das heißt, ich muss hier langlaufen. An den ganzen Fiesen. Vorbei. Aber ist okay. Da hinten ist noch ein Kanister. Den kann ich noch gerade mitnehmen. Dann habe ich drei im Gepäck. Uh, nice. Ich habe auch drei. Lasertag Arena geht hier lang. Da wären zusammen schon sechs. Komm ich da hin? Nein, hier stampft irgendjemand. Aber ich lasse mich davon nicht verunsichern. Ich lasse mich hier nicht verunsichern. Ich habe keine Angst. Oh mein Gott. Ich habe große Angst. Ich werde gar nicht lügen. Ich bin so anfällig für so Jumpscares. Es tut mir richtig leid für alle mit Kopfhörern hier. Oh Mann. Lasertag Arena. Warte mal, ich habe... Nein, 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 nein. Lauf, nein, nein. Honja. Honja, please. Nein, ist okay. Ich habe B gedrückt. Die Kistenanimation dauert lang. Ja, das ist dumm. Aber ich konnte mich erfolgreichst. Oh mein Gott. Es tut mir so leid an die Kopfhörer, Leute. Es tut mir auch leid an dich. Ich habe mich aber nicht vor. Oh, oh, da ist die Lasertag Arena. Nanu. Wow, 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 da hast du... Da habe ich direkt drei gefunden. Hier ist gelb. So, bin ich in der Kiste sicher vor gelb? Das ist jetzt meine persönliche Frage. Ja, gelb ist durch mich durchgelaufen. Gelb und blau sind hier in der Lasertag Arena am Unwesen treiben. Aber, ach, da bist du. Hi. Sieh, blau, ich, sieh, blau. Ja, 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 blau ist. Oh mein Gott. Wir haben es direkt hinter uns her. Oh, ist hinter uns. Okay. Ist okay. Hoffentlich holt er dich und nicht mich. Nein, 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 nein. Außerdem überhaupt gar kein Problem. Ich habe auch noch... Ich bring zwei Karnisse. Es fehlt nur noch einer, ne? Es fehlt nur noch einer? Ein Gaskarnisse fehlt noch. Okay, den finde ich. Diesmal war ich wenigstens hilfreicher. Fühlt sich ein bisschen besser an als... Neben noch... Das, das Gelb. Ihr Leute mit uns. Wenn ich jetzt hier runtergehe... Ey, die Kanalisation war halt neulich so ein bisschen mein Untergang. Deswegen habe ich hier ein bisschen Schiss, ins Wasser zu gehen. Ah, nein! Nein, Gelb, lass mich in Ruhe. Lass mich, lass mich los. Nein, er trägt mich weg. Spring nicht, bis du einen sicheren Ort zu landen findest. Aber wo ist ein sicherer Ort zu landen? Und wie springe ich überhaupt? Da ist Wasser. Du kannst ja nicht springen. Hier, hier, hier. Nein! Ich dachte, ich kann in die Dings springen. In das Sprung... Du weißt schon, Luftbecken. Respawn kostet jetzt 20. Die Gierigen. Ja, ja, das wird immer teurer. Aber ist okay, weil ich habe mir Edelsteine gekauft. In der Antizip... Bis ich bald nochmal respawnen werde. Ist okay. Hier ist Gelb, der fliegt durch die Gegend. Und der gibt mich ab! Achtung! Knappkiste. Hoffen wir, dass das funktioniert. Ich hoffe es auch. Ich hoffe es auch. Und? Ich glaube nicht. Warte, wir sprengen hier die Tür auf. Ist das der... Nein! Was? Ey, ich habe gar kein gutes Gefühl bei der Sache. Ich denke halt, wir haben jetzt noch mehr Rainbow Friends befreit. Wow, wie bin ich denn hier hochgekommen? Okay, alle zusammen, versuchen wir es nochmal. Sammle alle diese Lookis, die du gerade veröffentlicht hast. Und ich lasse den alten Mann leben. Oh mein Gott. Also die, die wir befreit haben, müssen wir alle wieder einsammeln. Oh, und diesmal gibt es einen Timer. Okay. Ist okay. Wir haben hier einen. Die bringen wir jetzt einfach hier hin. Das sollte einfach sein. Das denkst du, aber du kannst immer nur einen auf einmal tragen von denen. Naja, das ist gar nicht so einfach, wenn man denkt. Nee, das ist gar nicht so cool. Da hinten ist einer, den habe ich schon gesichtet. Zack, hier ist Gelb. Immer mehr Rainbow Friends. Gelb hat mich nicht gesichtet, hoffentlich. Warte, hier ist einer, das bringt mir nichts. Den kann ich nicht benutzen. Okay, aber es ist gut, dass du das gesagt hast, weil sonst wäre ich jetzt unnötigsterweise zu dem gelaufen, den ich gar nicht einsammeln kann. Fünf haben wir schon gefunden. Hier, ich habe den sechsten. Die Leute sind ja auch fleißig dabei. Ich habe gesehen, wir haben einen Veteran mit 13 Spielen. So, hier ist noch einer. Wenn ich jetzt hier hinten weitergehe, kommt vielleicht noch einer. Ich glaube, wir müssen nochmal ziplinen. Oh, wo geht es hier lang? Oh, hier war ich noch gar nicht, bei der Kartbahn. Oh, das sieht echt cool aus. Oh mein Gott, hier sind einfach so Karts und so eine Regenbogenbahn. Ja, richtig nice. Acht Lookies haben wir schon gefunden. Sieht man irgendwo den Timer? Hier sind keine mehr, glaube ich. Hier ist nur noch ein Kart. Bisschen Zeit verschwendet, aber das ist okay. Weil Gründlichkeit geht vor, sage ich immer. Ich glaube, einer ist bei Purple im Keller. Das ist die gefährlichste. Oh mein Gott. Warte, ach, das ist das mit der Kanalisation, wo ich ein paar Mal gestorben bin. Ja, Lila ist sau gefährlich. Ich kann auch nicht hier. Hier ist grün, hier ist grün, hier ist grün. Okay. Hier ist gelb. In die Kiste, in die Kiste, in die Kiste. Nein! Geld hat mich gesehen. Nein, 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 nein. Geld, lass mich. Don't jump. Wie komme ich denn hier raus? Kann ich hier springen? Nein. So, zack. Die werden angezeigt. Ja. Hier. Eins. Und dann, wir haben nicht mehr viel Zeit. Hier, da kriege ich. Hier, da kriege ich. Hast du den letzten? Okay, einen habe ich. Ja, ja, ich habe ihn. Sehr gut. Bin auf dem Weg. Bin in der Nähe. Ähm, warte, ich gehe mal immer zur Laser. Die Gelb fliegt da, glaube ich, lang. Oh mein Gott. Nein, hier ist grün. Nein, und hier ist gelb. Die haben mich beide gesehen. Nein. Das Gelb, das ich halt trotzdem kriegen kann. Und das ist einfach gegeben. Danke, du hast mich gerettet. Du hast mir 30 Diamanten gespart. Gelb hatte mich schon wieder in seinem Griff. Oh mein Gott. Aber wir haben den alten Mann gerettet. Und damit auch mich. Klasse. Let's go. Keine Sorge. Mir geht's gut. Es gibt keine Zeit zu verschwenden. Mein erster Fluchtplan ist fehlgeschlagen. Aber es gibt tatsächlich einen weiteren Weg, um hier rauszukommen. Es gibt einen Weg durch die orangene Achterbahn. Wir müssen nur einen Weg an dem Lucky vorbeizukommen, beziehungsweise den in Bewegung zu bringen. Wenn wir hier nur Kuchen finden könnten. Er würde alles für ein Stück Kuchen tun. Ich würde auch alles für ein Stück Kuchen tun. Okay, dann müssen wir jetzt Kuchen backen, würde ich sagen. Mhm. Allerdings. Guck dir mal das an. Das ist unser neuer Freund Türkis. Türkis ist sicher ein Lieber, oder? Mhm. Ich frage mich, warum sie sich so für diesen Käfer interessiert. Wie viele leben noch? Das frage ich mich auch. Wir sind noch zu viert. Ey, das geht voll. Das geht echt klar. Das geht. Wir müssen Zucker finden. Schnell den Zucker finden. Zucker, Zucker, Zucker. Vielleicht hier hinten bei der Lasertag Arena. Kann ja sein, dass hier... Ich habe nur neun Stück Zucker. Wenn ein bisschen Zucker verteilt ist, würde ich nämlich auch verstecken hier hinten. Hier geht's durch den Ausgang. Ist hier Zucker? Nö, aber hier ist auch kein Rainbow Friend. Das ist ja auch irgendwo dann ein Pluspunkt. Okay, das Problem ist, also in der Box fühle ich mich halt nicht mehr so sicher, nachdem Gelb mich dreimal aus der Box rausgeholt hat. Ja, das musst du halt schnell genug machen. Ja, nein, hier sind zwei. Oh Gott. Okay, kein Ding, kein Ding. Ich ran weg. Ich bin hinter der Wand. Ich bin in der Box. Blau sieht mich nicht. Blau ist ein Dummi. Blau ist ein kleiner Dummi. Gelb ist ja ultra creepy. Ey, ich finde Gelb auch richtig gruselig. Also Gelb ist momentan mein größter Feind. Werde ich gar nicht lügen. Hast du Türkis schon getroffen? Nein, Türkis ist da hinten. Aber Türkis ist eigentlich eine kleine süße Maus. Guck mal. Da ist Türkis. Naja. Türkis kommt voll auf mich zu. Mit seinen kleinen Schnappern. Ja, kleine. Hier sind Türkis und Blau. Laufen um mich rum. Ich mach mir keine Sorgen. Mir geht's gut. Ich bin ja hier in der Kiste. Wo dann? Ich fürchte mich nicht. Da ist Gelb. Vor Gelb fürchte ich mich. Ja, ich weiß, dass ich Zucker finden muss. Es tut mir leid, Leute. Ich benutze es hier. Das hier ist Gelb. Nein. Kiste. Zack. Okay. Das Ding ist, man kriegt ja nur, wenn das Ausrufezeichen über dir ist. Wenn Gelb dich dann sieht, dann bist du nur hochgehoben. Wenn ich rechtzeitig in die Kiste komme, bin ich ja auch in Sicherheit. Das heißt, man kann nicht mehr ausrufen. Oh mein Gott. Blau ist hinterher. Nein. Nein, einer schafft es nicht. Hier ist Türkis. Ich glaube, Türkis wird es gleich wieder. Das ist in der Hüpfburg. Let's go. Ist das genial. Das ist super. Ich sehe halt auch kein Zucker. Ist hier irgendwo Zucker? Du sagst die meisten Rainbow Friends, aber es sind mittlerweile so viele. Bei mir. Unmöglich ist den zu entkommen. Drei von denen waren gerade hier. Hier ist Grün. Also eigentlich vier. Hier ist Grün, hier ist Blau. Blau macht sich auf den Weg in die Orange-Höhlen-Achterbahn. Grün ist mehr so... Da wird der Zucker an der Karte. Hier sind halt gerade drei. Oh ja, perfekt. Warte, ich muss kurz einmal Türkis abwarten. Den kleinen... Ja, ich sehe, Türkis ist gerade da. Den kleinen Sui. Ja, ja, Türkis macht dich auf den Weg. Okay. Auf und zu zocken. Ah, hier ist Grün. Aber hier ist Gelb. Es ist so eine Krise. Es ist so eine Krise. Ich sage es dir. Nein, Rondi, Alter, bist du? Geh da rein, geh da in den Laden, in den Laden, in den ersten Gebäuden. Alles easy. Wie hat der nicht gesehen? Gelb ist ein kleiner Blinder. Oh Mann. Was soll ich sagen? Ich habe mittlerweile meine Erfahrungen mit Gelb gesammelt. Wir verstehen uns. Wir sind zu einem Übereinkommen. Oh mein Gott, ich sehe blau. Ich sehe blau. Ich sehe blau. Zack, zwei Zocker abgegeben. Okay, warte, ich habe den letzten Zucker. Ich trage ihn durch die Gegend. Hier ist die Hüpfburg. Inter mir ist blau. Aber das ist kein Ding. Weil ich kann in die Hüpfburg rein. Einfach zurückkommen. Komm zu uns an Sworn. Nein. Ho, 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 ho. Das war aber eine Sekundensache. So, da ist der letzte Zucker. Guten Appetit. Jetzt erst mal in aller Seelenruhe was backen, oder? Das macht doch Spaß. Es hat geklappt. Lass uns schnell gehen. Okay, jetzt müssen wir hier raus. Jetzt einmal hier hinten durch. Hier ist schon der Ausgang. Das sieht doch alles super gut aus. Oh nein. Eigentlich schon. Wir sind hier echt schnell, weil wir so viele sind. Hm. Kristallhöhlen. Wow. Ich bin mal gespannt. Na ja, jetzt müssen wir uns hier reinsetzen. Oh, in die sind mir rein. Okay, ich komm. Oh, jetzt sitze ich ganz vorne. Ich gehe ganz vorne rein. Ah, okay. Ich bin hinter dir. Okay. Ja, ich sehe es. So. Alles klar. Wählt einen Wagen und steigt ein. Ich finde es gut, dass er aber weiterhin gute Laune hat. Weißt du, er macht sich überhaupt gar keine Sorgen um die Situation hier. Er ist die ganze Zeit so, auf geht's, Leute. Weiter so. Okay. Mein Körper soll ich links und rechts lehnen? Nach links oder rechts drücken. Okay. Okay. Und mit C kannst du dich ducken. Okay. Mit C kann ich mich ducken. Das wird wahrscheinlich wichtig werden, ha? Versuche jetzt, dich zu lehnen, um trocken zu bleiben. Na klar. Das mache ich gern. Ich möchte gerne trocken bleiben. Ich möchte nicht durch den Wasserfall fahren. Oh, richtig hübsch. Aber ich muss mich nicht der Strecke nachducken die ganze Zeit. Ich muss nur, um zu wählen, oder? Ja. Lehne dich frühzeitig und halte es gedrückt, um deinen Weg zu wählen. Alles klar. Kein Ding. Hey, das sieht voll hübsch aus. Also wenn wir nicht gerade vor Monstern wegrennen würden, dann wäre das voll die schöne Erfahrung hier. Es ist ja auch am Ende des Tages ein Themenpark. Und dementsprechend. Und so, hier geht es einfach lang. Uh, guck mal, hier ist ein kleiner Wagen mit diesen kleinen Lookis. Hier geht es jetzt in die Dunkelheit rein. Ich ducke mich mal lieber. Sicher ist sicher. Keine Angst. Ich bin ein bisschen Angst. Ein bisschen Angst ist vorhanden. Die Monster, die kommen eh nicht mit. Nein, das würden sie nicht machen, oder? Hier geht es weiter. Ich glaube, hier endet der Gang. Oder geht es hier einfach steil weg ab? Warte, hier ist noch ein... Nach unten. Ach ja. Nicht schön. Let's go. Ah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, es ist steil. Okay, okay. Ah. Na, guck mal, wer da ist. Hast du es gesehen? Ähm. Nee. Folge dem Wagen, Ronja. Folge dem Wagen. Guck mal, wer da kommt. Warte. Nein. Oh. Oh, war das knapp. Oh mein Gott, jemand wurde entdeckt. Oh nein. Oh nein. Hat jemand es nicht geschafft? Nee. Oh mein Gott, hier ist ein Looping. Looping. Let's go. Ich habe Angst. Ich habe dezent Angst. Nein. Alles gut, wir schaffen das. Wir schaffen das. Irgendwas zurückverboten. Hier ist Lava. Hier ist die Kurve. Ähm, muss ich nicht unter die Lava durchgehen? Gefahr voraus. Zurückdrehen. Ernsthaft, kehr zurück. Ich würde ja, wenn ich könnte. Geh nicht. Ich würde. Wir müssen weiter. Ähm, hier. Ich fahre hier einfach hin. Wir haben keine Fragen. Nein. Oh mein Gott. Geht es runter? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hier geht es rum. Ey. Go, 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 go. Kommt runter. Nutzte der Orangene noch? Nee, oder? Der ist abgehauen. Den haben wir abgeschüttelt. Der ist nicht schnell genug. Der war nicht schnell genug. Äh, Garten. Garten, Garten. Jupp. Nein, Blau. Hau an. Boah. Ey, richtig angespannt hier. Hier geht es hoch. Oh Mann. Links, rechts. Ähm, wo geht der Wagen lang? Ich glaube nach links. Oh ja, links. Ja, links. Gelb ist rechts. Mhm. Gelb, hap. Gelb ist mein Feind. Uh, das war knapp. Aber Blau ist auch mein Feind. Aber Lila ist auch mein Feind. Das sind alles meine Feinde. Ähm, Dankeschön für den Besuch. Ich glaube nach rechts dran. Ja, ich glaube nach rechts. Jupp. Hier ist Türkis. Oh Mann. In den Müll. Ja, ich lieb's im Müll. Love it. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir sind zu dritt noch. In den Müllausgang. Ja, kommen wir hier durch? Wir müssen da irgendwie. Nein. Oh Gott. Tikis. Das ist ein Problem. Wir verstehen uns, oder Tikis? Wir können doch Freunde sein. Lauf, Ronja. Lauf, lauf, lauf. Äh, hier durch, hier durch. Ich bin die Händeste von euch. Ich glaube auch. Oh nein. Okay, wenn ich jetzt hier durch bin. Ducken, ducken, ducken. Oh nein. Oh mein Gott, ich bin viel zu spät. Nein. Viel zu langsam. Ich bin so viel langsamer. Oh nein, das stimmt nicht. Hier, nein. Komm, komm, komm. Ich höre uns die ganze Zeit trampeln hinter mir. Bein durch. Hier durch. Nein, hier funkt irgendwas. Wir haben es fast geschafft. Wir haben es geschafft in der Wand. Hier durch. Ducken, ducken, ducken. Ducken, ducken. Okay. Komm, ducken. Ja, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Oh. Oh, das war knapp. Wir haben es gerade so geschafft. Oh, das war knapp. Er kommt da nicht durch. Er ist zu groß. Nein, er ist zu groß. Sein Kopf ist zu groß. Ja, Rainbow Friends. Puh, okay. Alles klar. Erste. Wir haben es geschafft. Wir haben überlebt. Rainbow Friends, Kapitel 2. Wir haben es geschafft, Leute. Ey, Leute. Ich habe nur einmal Diamanten aufladen müssen. Kannst du dir das vorstellen? Was ist das? So, Leute, das war es. Wir haben erfolgreich die Rainbow Friends überlebt. Ich würde sagen, das haben wir relativ gut gemacht. Wenn ihr das Spiel auch schon gespielt habt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie oft ihr euch wiederbeleben musstet oder ob ihr echte Pros seid und sowas nicht nötig habt. Oh yeah. Ansonsten abonniert den Kanal, liked das Video, schaut wieder easy vorbei und dann sehen wir uns im nächsten. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.